und hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft im kreativ modus entschuldigung mit mir dem joshi ich weiß nicht was das hier ist gerade was mir was aus will hier stück für stück so mords mäßigen baum hier drauf machen ja bald sieht so aus wie ich das haben heute nämlich so ein bisschen überwuchend sein so stelle ich mir davor sieht ein haus von einem alchemisten aus wo sind wir denn jetzt hier drin gefangen haben uns hier quasi gerade eingemauert und hier einfach hier einen schönen baum drauf da habe ich jetzt bock drauf und dann mache ich das auch so oder wir sind hier das leben ist viel zu kurz ich habe mich da schon mal erwähnt um nicht das zu machen was man gerne möchte natürlich muss man Geld verdienen natürlich muss man das machen aber muss auch bis soweit das leben versößen wie es nur irgendwie funktioniert oder wirklich ist sondern jetzt hoffen wir dass man sie ja nicht wieder einbauen da brauchen wir noch mal hier einen setzling einen tannensetzling vielleicht können wir ja hier auch noch was drauf machen wenn der stamm jetzt durchgehend so wäre ja 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 so dann gehen wir mal kurz unsere kleinen westerwald hier raus und machen hier erstmal ein paar setzlinge geht dann Ja. Mal gespannt, wie das gleich von der anderen Seite aussieht. Das war's für mich. Geht nicht. 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 Geht nicht.